Weißt du, wie die Insel eigentlich heißen sollte? No Good Island! Naja, ich find Skull Island schon ein bisschen besser. Hm. Baa! Den packen wir. Nein, ich will ihn mir aber nicht packen. Sie hat uns im Stich gelassen. Schon wieder. Ja, aber ich will keinen dummen Vogelschlag. Schlag ihm auf den Kopf. Nein! Und los geht's. Frühstück! Mädchen sind toll. Die da liebe ich. Sag ich doch. Ich hab immer recht. Warte, warte. Waren wir der Köder? Opa! Ich kriege! Ich hisse! Untertitelung des ZDF, 2020